Ja, hallo erstmal. Nein, bloß nicht. Ja, sorry. Ja, hi. Wir wollten euch eigentlich nur informieren. Und hallo sagen. Da sind sie hier. Juhu. Vereint. Yeah, baby. Also. Ihr seht, es hat sich nicht allzu viel verändert. Wir reden immer noch Bullshit, haben immer noch Spaß dabei und wir wollen euch daran teilhaben lassen. Ja, wir haben einfach, weil es so umständlich ist, das immer abwechselnd hochzuladen, beschlossen, dass wir einen gemeinsamen Kanal machen. Das ist für euch auch leichter. Unsere alten Videos, die sind natürlich noch auf unseren anderen Kanälen. Ah, aber wir haben uns da ganz was Intellentes einfallen lassen. Ja, wir sind so schlau. Wir machen Playlists von den anderen Labs Plays. Und die findet ihr dann hier auch. Ach, exakt. Bei uns ganz normal, bei den Playlists dabei. Also ihr findet sie auf unseren anderen Kanälen und auch hier in den neuen Playlists. Und joch. Man fragt sich jetzt natürlich, warum macht ihr Idioten sowas eigentlich? Und wir antworten, weil wir zu faul sind, immer abwechselnd bei den verschiedenen Accounts hochzuladen. Nein, wir machen das nur für die Mann, damit das viel einfacher ist. Nein, ich mach das, was einfacher ist. Für uns. Achso. Äh. Nein, nein, nein. Also ich mach das nur für euch so. Ja, ich auch. Also fühlt euch wohl. Fühlt euch wie zu Hause. Lasst bitte die Klamotten an. Ja, wir freuen uns immer über Kommentare und Kritik. Ähm. Positive. Konstruktive. Nein, konstruktive Kritik ist immer willkommen. Und ja, alle weiteren Infos gibt's in der Kanalbeschreibung und in folgenden Videos. Und jetzt hab Spaß. Genau. Ja. Bis dann. Bis dann.